Für welchen Nachnamen haben Ingo, 31, und Annika sich nach ihrer Hochzeit entschieden? Nachdem der Schwiegertochtergesuchtkandidat in dem Format nicht die große Liebe gefunden hatte, lief ihm Annika über den Weg und verzauberte ihn. Nun ist es schon über vier Jahre her, dass die beiden ein Paar wurden, im Juni krännten sie ihr Liebesglück dann mit einer romantischen Hochzeit. Jetzt verrät Ingo, dass Annika nicht traditionell seine Nachnamen angenommen habe, sondern umgekehrt, in einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, welchen Nachnamen die beiden Turteltauben tragen. Ich habe den Namen von Annika angenommen, weil der Name an sich deutscher klingt, und auch kürzer ist, erklärte der Realität-TV-Star. Nun heißen die zwei Peters mit Nachnamen. Ihre Hochzeit war für Ingo und Annika äußerst emotional gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Standesamt war ich schon fast richtig am Weinen, weil ich so glücklich darüber bin, die Annika jetzt endlich zu heiraten, geheiratet zu haben, hatte Ingo damals in seiner Instagram-Story geschwärmt, und mit. Ich habe den Moment geschwärmt. Untertitelung des ZDF, 2020